Hi Leute ich bin heute hier im Bikepark Brandertal und ich fahre jetzt hier der erste Tag. Ich habe noch zwei Fahrtage vor uns. Heute kann ich jetzt leider nicht mehr so lange fahren. Genau aber ich mache einfach draus was noch geht, fahre so viel wie es geht, gucke dass ich heute schon richtig geiles Zeug mache. Genau und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Und für den, den es interessiert, da in der Gondel hinter mir, da sitzt Nikolaj Rogatkin. Das ist so ziemlich mein Idol und vielleicht schaffe ich es jetzt ja mit ihm irgendwo in der Lab zu ballern. Also ich fahre gerade mit Nikolaj Rogatkin. so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wasp! Nikolai hat mir gerade mal an den Suiden übergebracht. Ja, Mann! und das hat sich richtig bockt das war wirklich so extrem geil nur ein problem ist passiert ich bin gerade im beam gefahren bin der erste gesprungen den ersten double und ich finde den ersten double nicht so geil ich finde den zweiten eigentlich geil und dann war ich beim ersten weiß nicht da hat mir das speed irgendwie nicht so passt dann bin ich dann auf den zweiten gefahren und beim zweiten double ist dann passiert ich bin abgesprungen und kam dann irgendwie schräg in der luft und das war halt richtig das komische gefühl und dann bin ich schräg gelandet und dann bin ich abgerutscht und jetzt habe ich mich nur so der arm aufgeschüttet bisschen scheiße dass das jetzt am ersten tag passieren musste jetzt kommt ein ganz gechillter freeride run weil wo ich hinter nickel hierher gefahren bin da habe ich mich schon ein bisschen beeilen müssen und jetzt natürlich einfach ein bisschen wünsche ich euch viel spaß so leute heute tag 2 im weichwald brannertal ich fahre hier jetzt gerade jack the reaper jetzt geht es ja schon mal hier weiter ja Scheint ganz gut zu laufen Der war gerade richtig New Dives Wow das war sehr verkuppelt Das war ganz kurz Das war ja nicht lang Schön Abbremse Jetzt wieder ein bisschen Gasneil Cool 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 Wow Cool 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 Cool